Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Planet Coaster. Liebe Leute, schön, dass ihr einschaltet. Es geht wieder weiter hier in diesem wunderbaren Format. Und die nächste Achterbahn werde ich hier reinpflanzen, glaube ich. Und wir brauchen mindestens 1000 Meter, mindeste Geschwindigkeit von 40. 6 Spaß, 4 Nerven gibt es. Das klingt für mich irgendwie nach Mind Train. Ich gucke mir den mal gerade an, was hat der eigentlich? What? Der hat gar nicht mal so viel Spaß. Wie schnell ist der durchschnittlich? Alter. Der müsste ein etwas schnellerer Mind Train werden oder so. Oder eine Holzachterbahn. Boah, das wird echt schwer. Was haben wir denn hier? Warte mal, gibt es hier den vorgefertigten Modi? Was ist das denn? Das ist so ein Double-Ding, ne? Das ist halt das Problem. Ich glaube, die Holzachterbahn, da ist zu wenig Spaß. Habe ich das gedumpfe Gefühl. Und der hier ist ganz knapp dran, ne? Der hat 6. Wie sieht denn der aus? Alter, what the fuck ist das denn? Ja, sowas hatte ich mir vorgestellt, so in der Art. Halt Airtime, paar Kurven. Ich bin ja wirklich nur dran, den einfach zu klicken, ne? Ey, wie gut passt der hier durch? Na gut, das hier muss man natürlich ändern. Hier minimal verschieben, dann passt der da durch. Als hätte man den dafür designt. Ja gut, das hier sieht maximal scheiße aus, ne? Alter, was ist das für ein Gerüst? Oh wei, oh wei, nee, komm. War ein Spaß, machen wir selber. Aber ja, dann versuchen wir es mit einem Budi. Aber ihr seht, der muss schon auch relativ groß sein, höchstwahrscheinlich. Sonst wird das nix. Ja, ihr müsst auf jeden Fall Platz sparen bauen. Dann geht der hier richtig steil hoch. Scheiße, ich drauf. Das ist aber schon ordentlich. Steil. Der steilste Kettenlift der Welt, würde ich sagen. Hat der das? Ne, ich wollte gerade sagen. 1000, 200, 200. Fuck. 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 Okay. Alter, ich wusste nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Was soll das denn für ein Gefälle sein? Das ist ja was 90 Grad. Höchstens vier Nervenkitzel, kannst du knippen. Aber es geht, ich hätte jetzt gedacht, dass das hier rot wird. Es ist okay. Kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Aber es ist okay, dass ich nicht einschätzen kann. Aber ist der Kettbewerb? Alter, aber ich wusste echt nicht, dass das geht. Das ist schon enorm. Leute. Also Spaß, sind wir auf jeden Fall gut dabei, sag ich mal. Eieiei, hier ist aber der Nervenkitzel jetzt enorm hoch. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das war's für heute. Das ist Nervenkitzel, ne? Spaß sind wir auf jeden Fall noch drin. Allerdings... Wir müssen jetzt gleich gucken, ey. Ich weiß nicht, wie es mit der Länge aussieht und vor allem weiß ich nicht, wie es mit der Durchschnittsgeschwindigkeit aussieht, aktuell. Okay. Ich bin jetzt mit der Durchschnittsgeschwindigkeit aus dem Aufbau. Ich bin hier schon im Wasser drin. Oder ganz glattlich. was ist das jetzt nervenkitzel hier ist halt sehr hoch aber jetzt ist er wieder so hoch hier das wird nichts das ist zu hoch so ist ja der nervenkitzel hier so krass ja genau da hier wegen der bremse nervenkitzel ist viel zu hoch krass hätte ich nicht gedacht vielleicht müssen wir da noch eine bremse einbauen oder so also spaß scheinbar drin zu sein also wir sind zu kurz 150 meter durchschnittsgeschwindigkeit ist genau 40 shit shit was machen wir denn da müssen wir theoretisch müssen wir mehr geschwindigkeit insgesamt noch kriegen aber ich muss ja noch länger einbauen aber wie machen wir das denn scheiße das so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird wohl nicht reichen. Denke ich. Das wird wohl nicht reichen. Oh shit. Jetzt ist mir hier meine Flasche umgekippt, Freunde. Das ist ungut. Ich lerne aber auch nicht. Ich lerne nicht. Ich stelle die immer vor mich, anstatt die einfach ein Stück weiter seitlich zu stellen. Und dann kommt so eine dumme Bewegung mit der Hand. Und zack ist hier wieder alles voll mit Spezi. Geiler Typ der Brilie. Jetzt müssen wir gleich machen. Jetzt wird hier die Achterbahn erst mal fertig gebaut. Okay, testen wir das noch mal. Ich werde jetzt nur mal die Länge wissen erst mal. Den Rest schauen wir uns gleich an. Übrigens hier. Kein Profit. Gar kein Profit. Weiß ich noch nicht, wie wir das verhandeln. So, Länge haben wir. Wir haben Länge, wir haben die Durchschnittsgeschwindigkeit tatsächlich gehalten. Das ist nicht schlecht. Aber, wir sind zu krass. Nervenkitzel ist zu hoch. Hier geht's eigentlich. Also hier vor allem, wenn wir hier runtergehen würden. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020